Ja, schönen guten Abend, liebes Publikum, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich im Roten Salon der Volksbühne sprechen darf. Als Anne Wacken mich frug, ob mir ein Bild einfällt, über das ich gerne sprechen würde, hat es nicht lange gedauert. Ich bin auf ein Hauptwerk von Caspar David Friedrich gekommen, das Bild der Watzmann. Ich habe die Ehre, an der alten Nationalgalerie verantwortlich zu sein, für die Malerei des frühen 19. Jahrhunderts, also auch für die Romantik, also auch für Caspar David Friedrich. Mit dem Bild, oder andersrum, fangen wir erst mal an. Sie kennen wahrscheinlich die alte Nationalgalerie und wenn Sie sich erinnern an den Besuch, werden Sie sich vielleicht auch erinnern an den Caspar David Friedrich Saal. Ein ziemlich einzigartiger Saal, ich sage mal weltweit einzigartig. Die alte Nationalgalerie besitzt die tatsächlich weltweit größte Caspar David Friedrich Sammlung. Und in diesem Saal hängt das Bild der Watzmann genau gegenüber der beiden sehr berühmten Bilder, der Mönch am Meer und Abtei im Eichwald. Erstmals intensiver beschäftigt habe ich mich mit dem Watzmann 2001. In dieser Zeit haben wir, 2000, 2001, haben wir viele Werke restauriert, weil die Wiedereröffnung unseres Hauses nach der Rekonstruktion Ende 2001 bevorstand. Und der Watzmann war ein Kandidat für die Restaurierung. Er war von einem, ich sage mal, tiefgelben alten Firnis überzogen. Die weißen Schneegipfel waren gelblich und der Himmel war irgendwie grün-gelb. Eigentlich etwas, was man ja gar nicht gut aushalten kann. Mir ging es immer so, ich fand es schrecklich. Und als dann Geld da war und wir dann überlegt haben, was machen wir, wir wollten ja alles sehr schön haben, es sollte prächtig sein für diese Wiedereröffnung, war das sofort ein Kandidat. Nun war die Idee, dass man diesen alten Firnis abnimmt. Das ist aber so, es ist immer mit hohem Risiko verbunden. Es muss ein Meister des Faches sein, der das macht, denn er muss ja genau sozusagen mit dem Abtragen dort aufhören, wo die Malschicht beginnt. Und der damalige Restaurator Ingo Thimm hat dieses Handwerk brillant verstanden. Das Bild hat durch diese Firnisabnahme eine Art Wiederauferstehung erfahren, so empfinde ich das. Wir haben zurückgewonnen, wirklich strahlende, unnahbar fernwirkende weiße Schneegipfel und ein magisches Blau, das Sehnsuchtsblau der Romantik. Der Restaurator hat damals festgestellt, mit welcher Farbe dieses Blau gemalt worden war. Es ist ein Farbstoff, der heißt Smalte. Smalte ist mit Kobalt gefärbtes Glas, das zerrieben wurde in feinste Partikel. Es hat die Eigenschaft, dass diese Glassplitter reflektieren. Und durch diese Reflexionskraft dieses blauen Farbstoffes entsteht dieses ganz besondere magische, romantische Sehnsuchtsblau. In dieser Zeit hat Herr Thimm auch festgestellt, dass Mönch am Meer ebenso mit Smalte gemalt worden war. Und Mönch am Meer war damals entsetzlich grau, ganz dunkel, mit einer ganz dicken alten Firnisschicht überzogen. Und nach der erfolgreichen Restaurierung von Watzmann war uns klar, diese Wiederauferstehung, dieses leuchtende Blau des Watzmanns möchten wir dann auch irgendwann mal haben für den Mönch am Meer. Und tatsächlich haben wir es geschafft. 15 Jahre später war die Restaurierung von Mönch am Meer vollendet. Es gab auch eine Ausstellung und Sie können heute Mönch am Meer gemeinsam mit Abteilen bei Eichwald bewundern. Beide Bilder, Watzmann und Mönch am Meer, haben wir jetzt wieder ihr romantisches Sehnsuchtsblau. Das sind so einführende Details, vielleicht eben auch zur Technik. Was gibt es noch zu sagen? Als Kaspar David Friedrich dieses Bild malte, 24, 25, gab es besondere Anlässe für ihn. In Dresden auf den Akademieausstellungen wurde ja immer gezeigt, haben die Künstler gezeigt, was sie geschaffen haben. Das war wie so eine Leistungsschau, man wollte auch verkaufen. Es war Mode geworden in Dresden in den 20er Jahren, Hochgebirgslandschaften auszustellen. Das hing damit zusammen, dass die Künstler nach Italien reisten. Es war ja so, wer Künstler werden wollte, ging nach Italien. Und sie überquerten die Alpen. Folglich hatten sie dieses Erleben des Hochgebirges tief aufgenommen und im Ergebnis entstanden viele, viele Hochgebirgsdarstellungen. Friedrich selber war nicht in Italien und er überquerte auch nicht die Alpen. Er reiste auch niemals in die Alpen, wollte aber unbedingt mithalten und malte tatsächlich Hochgebirgslandschaften. Aber wie konnte das geschehen? Das war also folgendermaßen. Friedrich hatte einen Lieblingsschüler, August Heinrich, der war tatsächlich vor Ort. Der war beim Watzmann im Berchtesgadener Land und brachte eindrucksvolle Aquarellstudien mit. Vielleicht kann man jetzt mal diese eine Studie zeigen. Das ist eine Studie von August Heinrich aus der Nationalgalerie Oslo. Sie sehen, August Heinrich hat sehr ausgeführt, das Vorgebirge vor dem Watzmann, den Archenkopf und den Grünstein gestaltet. Das ist hier etwas verfälscht, mit sehr tiefblauen, dunklen Farben, ganz fein ziseliert ausgeführt. Hingegen die eisigen, erhabenen Gipfel des Watzmanns sind nur angedeutet, fast entrückt. Friedrich hat dieses Aquarell sozusagen als Anregung genommen und auch fast wörtlich übertragen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen können auf den Watzmann. Dieses Prinzip mit Zeichnungen zu arbeiten, nicht nur mit eigenen Zeichnungen, auch mit Zeichnungen von Schülern und Freunden, hat Friedrich mehrfach angewendet. Zunächst einmal hat er in dem Watzmann-Bild auch eine eigene Zeichnung als Vorlage genutzt. Diese Felsformation im Vordergrund dieser aufragenden Felsen, wo auch so ein Tannebäumchen drauf wächst. Diese Felsformation hat Friedrich selbst gesehen und zwar während seiner Reise im Harz 1811. Wie gesagt, Friedrich war nicht in den Alpen, Friedrich war auch niemals am Watzmann. Er hat diese Landschaft nie gesehen, hat sie aber unbedingt malen wollen und wusste sich zu helfen. Es gibt zu diesem Fels, der heißt Trudenstein am Hohnekopf, gibt es Zeichnungen und es gibt auch, man kann diesen Trudenstein natürlich heute auch besuchen, der ist etwas eingewachsen, es steht jetzt Wald drumherum, aber vielleicht können wir den kurz mal zeigen. Das ist jetzt nicht so ganz gut wiedererkennbar, aber es ist wohl diese Felsformation, die sich ja möglicherweise auch etwas verändert hat in den Jahrhunderten. Er hat nicht nur dieses Erleben vom Harz einfließen lassen, sondern er hat auch aus einem Bild vom Riesengebirge, das hängt in München an der Neuen Pinakothek, einen Ambossartigen Fels hier wieder hineingemalt. Dieser Ambossartige Fels befindet sich rechts von dieser Klippe aus dem Harz. Ja, warum habe ich dieses Bild ausgesucht? Ich finde die Geschichte zur Entstehung hochinteressant und es ist, wie ich schon sagte, kein Einzelfall im Werk Friedrichs. Es gibt andere Bilder, bei denen ist er ähnlich vorgegangen. Er hat zum Beispiel ein Jahr vor dem Watzmann ein Hochgebirge gemalt von einer Gegend bei Mont Blanc. Da verwendete er eine Zeichnung von Karl Gustav Karus, einem engen Freund. Und mir fällt noch ein anderes Bild ein, das Sie vielleicht auch gesehen haben in jüngster Zeit. Der Wanderer über dem Nebelmeer, ein ganz weltberühmtes Bild, das auch in Berlin zu sehen war während der Wanderlustausstellung, die ich machen durfte. Und dieses Bild war ja das allererste Mal in Berlin, das war eine Sensation. Dieser Wanderer über dem Nebelmeer schaut in eine Landschaft, die es so nicht gibt. Das ist auch eine Montage, genau wie hier. Es sind Felsen sozusagen zusammengebracht worden, die Friedrich in der Realität gesehen hat, aber neu zusammengestellt hat. Und dieses Montieren, dieses kühne Erfinden einer Landschaft gehört zu seinem Schaffensprinzip. Kaspar David Friedrich ist für mich ein Künstler, dessen Landschaften sehr berühren. Ich empfinde das so, dass seine Werke Räume öffnen. Es sind für mich offene Bilder, die Räume, Denkräume und Emotionsräume bieten. Es sind Bilder, die nicht aufhören, interessant zu sein. Sie können die nicht zu Ende gucken. Sie können vor diesen Bildern stehen und jedes Mal neu etwas sehen oder auch denken, fühlen. Und das ist herausragend und in der Zeit im frühen 19. Jahrhundert ungeheuer modern und kühn. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, Friedrich gehört zu den Mitbegründern der Moderne. Allein Mönch am Meer, dieses fast abstrakte Bild, ist ja sozusagen ein echter Vorbote auch der abstrakten Kunst. Was mir bei diesem Watzmann-Bild, das ist jetzt sehr schwer zu erzählen, weil man das auf dieser Abbildung natürlich nicht so sieht, was mir, wenn ich vor dem Bild stehe, immer wieder sehr gefällt, ist die Art, wie Friedrich das gemalt hat. Friedrich hat ja nicht nur diesen tollen Farbstoff Malte verwendet, der eben reflektierende Pigmente hat, blaue reflektierende Pigmente, sondern er hatte auch die Technik des Stupfens verwendet. Er hat also Punkte gesetzt, ganz feine Punkte. Und durch dieses Stupfen ist eine Feinheit in das Bild reingekommen, die unfassbar zarte Nuancen ermöglicht hat. Friedrich selbst hat ja auch mal gesagt, er möchte gerne seine Bilder entmaterialisieren. Er möchte eigentlich, ja sozusagen transzendent auch in der Stofflichkeit sein. Er hat hauchdünn gemalt und durch das Stupfen hat er zarteste Übergänge geschaffen. Gerade die Partie unterhalb dieses weißen erhabenen Gipfels, der die Größe der Natur, der Schöpfung, des Göttlichen ausdrückt. Unterhalb dieser Partie, links der Archenkopf und rechts der Grünstein, auf den ich übrigens gestiegen bin, als ich mich mit einer Ausstellung zu diesem Bild beschäftigt habe, 2004. Tolles Erlebnis. Also diese Partie mit diesem sogenannten Vorgebirge ist so zauberhaft gemalt. Man sieht es auch durchaus auf diesem Foto. Es steigen zarteste Dünste auf. Es passiert mit der Farbe etwas fast nicht verbalisierbares. Es gibt Rosé- und Violetttöne zwischen Grüntönen à la Couleur, Blau-ins-Blau-changierende Töne. Diese Feinheit und dieser Reichtum, dieser Klangreichtum, dieser Farben, dieser Malerei, empfinde ich als, ja, betörend schön, könnte ich sagen, musikalisch. Also das ist so ein Grund, warum ich dieses Bild sehr, ja, liebe. Und ich wollte Ihnen das eben mal so genau ans Herz legen. Vielleicht, wenn Sie mal kommen, dann schauen Sie mal vor allem auf diese Mittelpartie. Vielleicht können Sie das eine oder andere wiederentdecken, was ich jetzt versucht habe darzustellen. Was gibt es noch zu sagen? Diese Ausstellung zum Watzmann, die fand 2004 bei uns im Haus statt. Wir hatten das Glück, das Eismeer von Friedrich aus Hamburg leihen zu dürfen. Beide Bilder hingen nebeneinander. Beides sind pyramidale Kompositionen, die in einem Eisgipfel gipfeln. Und um beim Gipfel zu bleiben, das war ein Gipfeltreffen, der, ja, weltweit, würde ich sagen, doch bedeutendsten, einer der, einige der bedeutendsten Bilder überhaupt. Ja, das sind jetzt schon zehn Minuten. Applaus Ich générale Kompos Philip Untertitelung des ZDF, 2020